Hey, was geht ab? Mein Name ist Till. Ich hoffe, es geht euch sehr, sehr gut. Ich baue in den nächsten 100 Tagen 100 Beats. Heute sind wir bei Beat Nummer 61. Let's go! Wenn du neu bist, würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo dalässt und die Glocke drückst, weil dann wirst du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Ich habe mir ein Piano Sample rausgesucht und habe das hier im Sampler in Slices unterteilt, also in einzeln anspielbare Cue-Points quasi und habe dann das hier gespielt damit. Und ja, das fand ich schon ganz nice. Hier habe ich ein EQ drauf und einen Kompressor und das habe ich dann gebounced, damit ich nicht mit dem MIDI hier arbeiten muss und habe das Ganze dann 8 Töne hoch, also 8 Halbtöne hoch gepitcht und dann Half-Time drauf getan und nochmal ein EQ, der hier auch nochmal bei 500 Hertz ungefähr was rausnimmt und dann klingt das Sample so. Und ja, dazu habe ich High-Hats eingespielt. Und dann hier noch mehr High-Hats. eine Snap. Und eine Kick. Und eine Kick. Und eine R8. Und dann war das Ding auch schon fertig. Auf jeden Fall auch hier wieder richtig viel Platz für die Vocals. Ich habe schon einige Toplines im Kopf, was man da machen könnte. Mal sehen, ob ich nicht den ein oder anderen Künstler finde, der da Bock drauf hat und wir das dann komplett ausproduzieren. Ich werde auf jeden Fall ein oder zwei Videos dazu machen, wie ich so komplette Songs aus diesen Beats hier mache, die hier in dieser 100-Tage-Challenge passiert sind. Und bin dann gespannt, was da auch rauskommt. Wenn dir das Video gefallen hat und den nicht mehr brauchst, lass gerne deinen Daumen hier. Im Idealfall natürlich nach oben. Wenn du den Kanal supporten willst, dann freue ich mich über Views. Dann freue ich mich über den Daumen. Dann freue ich mich über Kommentare. Und auch sehr, sehr geil ist, wenn du das nächste Mal, wenn du vorhast Plugins zu kaufen oder Equipment, du einfach unten mal meine Links checkst. Die Affiliate Links nämlich. Die bringen dich nämlich zu Stores, wo du vielleicht sowieso einkaufen würdest. Du zahlst nicht mehr. Ich kriege einen kleinen Prozentsatz davon ab. Alle sind irgendwie happy. Und ich kann hier Strom und Plugins bezahlen. Für Mixing und Massing-Anfragen schreib mir gerne eine E-Mail. Die findest du unten in der Beschreibung. Wenn du Lust hast, kannst du mir natürlich auch auf Instagram, TikTok und Facebook folgen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib sie im Idealfall unten in die Kommentare. Da sehen wir dann die alle und dann kann ich darauf antworten. Und vielleicht jemand, der auch die gleiche Frage hat, sieht meine Antwort und muss dann nicht nochmal fragen oder so. Und ja, ansonsten heißt es wie immer, die nächsten Folgen folgen. Bis dann! Bis dann! Bis dann!